Ihr Drucker läuft ja auf Hochtouren. Sie drucken die Dokumente, die Sie verschicken, gleich mehrmals aus? Achso, eins wird verschickt, eins landet in der Ablage. Eins verschickt, eins für die Ablage. Eins verschickt, eins für die Ablage. Die Kopien kommen ins Papierarchiv, damit Sie jederzeit schnell wieder darauf zugreifen können. Naja, viel Platz ist da nicht mehr. Warum der ganze Aufwand? Es gibt doch DocuWare. Während Sie das Dokument ausdrucken, sorgt DocuWare für die geordnete Ablage. Automatisch. Eine echte Entlastung für alle Beteiligten.